Sie sehen Ausschnitte aus einem internen Video der 23. Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei. Das ist eine Truppe, die von sich behauptet, eine der härtesten aus der Hauptstadt zu sein. Insgesamt gibt es über zwei Stunden Material. Arbeitstitel Lachen mit der 23. Wir zeigen Ihnen daraus drei Minuten, wobei das Wort Best-of sicher nicht zutrifft. Szene 1. Die 23. kämpft gegen Osama Bin Laden. Das Ganze sehr körperbetont. Szene 2. Masturbieren in der Mittagspause. Szene 3. Bei einer Auktion für Einsatzleiter wird der autonome Ronny zur Versteigerung angeboten, um anschließend niedergestreckt zu werden. Szene 4. Sie hat die Haare schön. Szene 5. Amokfahrt auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei. Szene 6. Zur Waffenausgabe im kleinen Schwarzen. Szene 7. Weihnachtsfeier mit Ballett auf dem Programm Schwanensee. Szene 8. Thromboseprävention. Szene 9. Betriebsausflug. Szene 10. Striptease vom Chef nach einem gezielten Polizeigriff. Szene 9. Ob das Humor ist oder skandalös peinlich, darf jetzt der Berliner Innensenator beurteilen.